Schönen Dank, Herr Vorsitzender. Sehr geehrte Damen und Herren, beim ÖPNV ist es dringend erforderlich, die Verbindung in der Fläche zu den kleineren Ortschaften zu verbessern. Preiskonstanz und Preissenkung haben in der Fläche nicht die Bedeutung wie mehr Verbindung zu unterschiedlichen Zeiten. Deswegen begrüßt die Linke im Rat ausdrücklich dieses Pilotprojekt. Unseren Ergänzungsantrag haben Sie alle gelesen. Hier sollen Osterlinde und Lässe besser verkehrlich an die Bahnhöfe in Bad Deckenstedt und Hoheneggelsen eingebunden werden. Auch würde dadurch wieder eine Anbindung von Salzgitter nach Sölde bestehen. Wir möchten, dass die Verwaltung dazu verhandelt. Es gab Signale aus den anderen Fraktionen dahingehend, dass noch Beratungsbedarf besteht wegen der Kurzfristigkeit dieses Antrages. Deshalb diesen Antrag zurück zur Beratung in die Fraktion. Wenn Sie so, wissen Sie.